Die Zahnpasta schmeckt nach Minze. pH-neutrale Seife ist sehr hautschonend. Das Shampoo duftet nach Apfel. Das Handtuch ist schmutzig. Ich benutze täglich Zahnseide. Nach der Haarwäsche benutze ich immer schaumfestiger. Ich putze mir die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste. Ich benutze immer das gleiche Duschgel. Ich wasche mir mein Gesicht mit einem Waschlappen. Der Rasierschaum ist fast aufgebraucht. Die Klinge des Rasierers ist sehr scharf. Die Klinge des Rasierers ist sehr scharf. Die Klinge des Rasierers ist sehr scharf. Für die Klinge des Rasierers ist sehr scharf. EN